Hier ist die CW-Schule Graz mit einem Lernvideo für Telegrafieanfänger mit dem Morserino 32, Lektion 1 und 2. Du brauchst wieder den Übungsplan. Bevor du mit dem CW-Kurs beginnst, würde ich empfehlen, zuerst ein wenig mit dem KIA zu üben. Wir rufen jetzt den KIA ab. Doppelklick. Kurz roten Knopf. Und die Nummer 5. Wir schalten den KIA ein. Mit dem Zeigefinger sind lange Töne. Mit dem Daumen sind kurze Töne. Ganz wichtig ist auch noch Tempo 15 Einstellung. Jetzt versuchen wir nur einen langen Ton. Jetzt versuchen wir zwei lange Töne. und drei und vier und fünf und fünf Nun kommt der Daumen dran. Next, we use the thumb. Ein kurzer Daumen. Zwei kurze Töne. Practice with two Dits. Drei kurze. Three Dits. Vier kurze. Four Dits. Und fünf kurze Töne. And five Dits. Jetzt hast du ein wenig Gefühl mit dem KIA. Now you'll get a basic feel for the KIA. Nun können wir mit dem CW-Kurs starten. And we can begin the course. Nun beginnst du mit dem Morse-Kurs. Neues Zeichen lernen. Lektion einstellen. Hören. Rhythmus nachsingen. Und Hören. Mit dem Paddel gehen. Now you begin with the first lesson. Number one. Lesson settings. Number two. Listening and singing the new letter back. And number three. Listening and sending the new letter with the paddle. Punkt eins. Lektion einstellen. Und mit Snapshot 2 auswählen. Step one. Lesson settings. We will select with Snapshot two. Doppelklick. Doubleklick on the black knob. Kurz roten Knopf. Short click on the red knob. Und Nummer zwei. And select Snapshot two. Kurz schwarzer Knopf. Short click. Kurz schwarzen Knopf drücken. Another short click. Und wir sind auf Lektion eins. And we're at step one. Kurz schwarzen Knopf drücken. Short click. Wir drehen einmal weiter. And we turn. Learn new character. Until we reach learn new characters. Jetzt kommt Punkt zwei. Hören. Rhythmus nachsingen. And we get to step two. Listening and singing the new letter back. Ich schalte ein. Kurz auf das Baddl drücken. Da da. Da da. Da da. Und M einprägen. Da da. Da da. Und M einprägen. Atmen. Da da. Da da. Punkt drei. Hören. Und mit dem Baddl geben. Step three. Listening and sending the new letter with the paddl. Das war immer falsch. Das war ein Fehler. Jetzt war immer falsch. Das war ein Fehler. Für einen optimalen Lernerfolg starten wir am Anfang mit zwei CW Zeichen. Ich drehe einmal zurück. We turn the black knob. Select lesson. Go to select lesson. Und jetzt kommt das zweite Zeichen dazu. And turn until we reach the second character. Und das ist K wie Kilo. And that's K. Wir steigen wieder aus. Short click to come out. Ich drehe einmal weiter. Turn until you get to learn the new character. Und jetzt lernen wir das zweite Zeichen. And now we learn the second character. Einmal schwarze Taste drücken. Short click. Jetzt kommt hören. Rhythmus nachsingen. And now we're going to listen and sing the new letter back. Mit dem Baddl starten. Tadida. Tadida. Atmen. Nicht vergessen. Tadida. Tadida. Don't forget to breathe. Punkt drei. Hören. Mit dem Baddl gehen. Step three. Listening and sending the new letter with the paddle. Mit dem Baddl starten. Touch the paddle to begin. Wichtig ist die Bewegung sehr schnell machen. It's important to make the movement quickly and flowing. Und für geschickte Leute, die können gleich die Squeeze-Technik verwenden. More advanced learners can try the Squeeze-Technik. Ich bleibe mit dem Zeigefinger jetzt länger oben. Remember to keep your index finger on the paddle longer. Und jetzt ohne Squeeze-Technik. And now without Squeeze-Technik. Wir kommen jetzt zur Übung starten. Hören. Rhythmus nachsingen. Jetzt werden die beiden Zeichen gemischt gesendet. Jetzt werden wir die Praxis-Session beginnen. Step one. Listening. Sing the letters back. Both Characters will be sent randomly. Punkt eins. Hören. Rhythmus nachsingen. Mit Snapshot eins abrufen. Step one. Listening. Sing the letters back. Recall the settings using Snapshot one. Wichtig ist einmal ausstellen. Lang den schwarzen Knopf drücken. Long click on the black knob. Doppelklick auf dem schwarzen Knopf. Double click on the black knob. Kurz roten Knopf. Short click on the red knob. Und Nummer eins. And again a short click for number one. Wir schalten mit dem schwarzen Knopf ein. Click the black knob to begin. Am Anfang kommen drei Vs und Spruch Anfang. You will hear three Vs at the start of the lesson. Wir starten mit dem paddle. Click the paddle to begin. Da-di-da. 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 Punkt zwei. Hören. Sprechen. Step two. Listening and speaking the letters back. Punkt 2. Hören, Sprechen. Hier sind die gleichen Einstellungen wie Punkt 1. Ich starte mit dem Paddel. Punkt 3. Hören und Geben. Punkt 3. Hören, Geben. Mit Snapshot 3 abrufen. Es ist wichtig, einmal aussteigen. Lange drücken. Doppelklick. Kurz roten Knopf. Short-Click on the red knob. Nummer 3. And select number 3. Schwarze Knopf kurz drücken. A short-click to load them. Wir schalten ein. Short-click to start. Ich starte mit dem Paddel und es kommen wieder 3 Vs. Und touch the paddle to begin. Punkt 4. Hören und Schreiben. Punkt 4. Hören und Schreiben. Mit Snapshot 4 abrufen. Step 4. Listening and Writing or Typing. Recall the settings with Snapshot 4. Wichtig ist, einmal aussteigen. Lange drücken. Long press to come out of the last lesson. Doppelklick. Double-click. Kurz roten Knopf. Short-Click on the red button. Nummer 4. And select number 4. Kurz schwarzen Knopf. Short-Click to load the settings. Einschalten mit dem schwarzen Knopf. Enter the lesson with the black knob. Und jetzt kommen 3 Vs wie der Umspruch. Anfang und mit dem Bleistift mitschreiben. Und touch the paddle to begin. 3 Vs will come at the start of the lesson. Der Maserine ist für ca. 2 Minuten eingestellt. Und jetzt möchte ich den Text kontrollieren, aber ich sehe den Anfang nicht mehr. Ich drücke lang den roten Knopf. Und jetzt drehe ich am schwarzen Knopf. Und blättert zurück bis erste Zeile. Ein Klick und es kommt immer eine Zeile dazu. Punkt 5. Den korrigierten Text jetzt mit dem paddle geben. Punkt 5. Den korrigierten Text mit dem paddle geben. Mit Snapshot 5 den Keyer abrufen. Wir steigen wichtiges einmal aus. So Step 5. Send the corrected text with the paddle. Use Snapshot 5 to recall the settings. Doppelklick. Doubleklick. Kurz roten Knopf. Short click on the red button. Und die Nummer 5. And turn to Snapshot 5. Kurz schwarzen Knopf. Load the settings by a short click. Und jetzt gebe ich den korrigierten Text mit dem paddle. Und jetzt gebe ich den korrigierten Text mit dem paddle. Ganz große Wortpause machen. Make sure your pauses between words are nice and big. What pauses? Remember those pauses? Wenn du einen Fehler machst, immer das ganze Wort neu geben. If you make a mistake, always repeat the word. Ein Anfänger wird es nicht schaffen, die Buchstaben zusammenzuziehen. A beginner might not be able to join the words together. Aber das kommt später. Don't worry, that will come later. So sind halt größere Buchstabenpausen. Ich gebe noch die letzte Gruppe. We make a descent now the last group. Ich habe einen Fehler gemacht und muss wieder von vorne starten. We've made a mistake and now we have to send the group again from the beginning. Und nun übe selber. Und nun übe selber. Und nun übe selber. Und nun übe selber. Hat man 90% der Zeichen richtig mitgeschrieben, kommt das nächste Zeichen hinzu. Neues Zeichen lernen, Lektion einstellen. Dann kommt hören, Rüppels nachsingen. Hören, Battle geben. Ab Lektion 5 werden die Abkürzungen mit zwei Buchstaben mitgeschrieben. In der Oskar Echos 6 wurde der Oskar Echos 6 geübt. Das würde dann Punkt 6 sein. Abkürzungen hören. Paddle geben. Und sprechen. After lesson 5. Start to practice the two-letter abbreviations. Go to step 6. Listen to the abbreviation. Send it with the paddle. And speak. Do not write it down. Wir sind auf der OSTKECHO 6 Webseite. We are at the OE6 Webpage. CW Schule Graz. CW School Graz. Unterlang. Documents. Laderunde. Abkürzungen und Q-Gruppen nach Lektionen. Download Abkürzungen und ihre Bedeutungen. Abkürzungen und Q-Gruppen nach Lektionen. Abkürzungen und Q-Gruppen nach Lektionen. Bist du bei Lektion 5 angekommen, lern die Abkürzungen und ihre Bedeutungen. Das gleiche bei Lektion 10, 15, 20 und so weiter. Punkt 6 Abkürzungen hören, mit dem Paddel geben und sprechen, bitte nicht mehr niederschreiben. Wir machen jetzt Gehörlesen. Mit Snapshot 6 abrufen. Ich muss hier jetzt einmal lange drücken, dass ich aussteige. Come out of the current lesson with a long press. Doppelklick. Double-click on the black knob. Kurz-rot. Short-click on the red knob. Und die Nummer 6. Und select Snapshot 6. Einschalten. Enter the lesson with a short-click. Es kommen drei Vs und Spruch anfangen. You will hear three Vs at the start of the lesson. Mit dem Paddel starten. Touch the paddle to begin. Your. Your. You. 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 Das war falsch. Das war ein Mist. Ja. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Stay tuned for the next video. Stay tuned for the next video.